Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Er sieht von der Nähe doch noch beschissener aus als von der Ferne. Mutter Frauke weiß nicht, dass Sohn Dennis Sidney Hoffmann gerufen hat. Treffen am Hintereingang von Fraukes Haus. Servus, Dennis. Na, hi. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja, sicher. Und? Ist ja ein enger Weg hier, ne? Ja, ist sehr, sehr enger. Das stimmt. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Er sieht von der Nähe doch noch beschissener aus als von der Ferne. Ein 18 Jahre alter Honda Civic. Das tiefergelegte Alltagsauto von Frauke. Nach einem Zahnriemenriss läuft der Wagen nur noch auf drei Zylindern. Kilometerstand über 200.000. Jetzt kommt der große Moment. Die Mutter weiß immer noch nicht, dass Dennis den Autoexperten Sidney Hoffmann gerufen hat. Was man der 45-Jährigen derzeit kaum anmerkt, sie leidet seit über zehn Jahren an Multiple Sklerose. Diese unheilbare Krankheit greift die Isolierungen der Nervenbahnen an. Während eines Schubes haben die Betroffenen häufig Sehstörungen und Lähmungserscheinungen. Manche können nicht mehr sprechen oder laufen. Jetzt musst du mir etwas helfen, damit ich einfach weiß, was für eine Auswirkung hat es auf dem Alltag. Damit ich mir auch eine Vorstellung machen kann, was brauchst du für ein Auto. Man nennt hier auch die Krankheit der tausend Gesichter, weil es wirklich bei jedem anders aussieht. Bei mir hat es Ausschlag immer auf die Beine und auf die Motorik der Hände und der Arme kräftemäßig. Also heißt, du kannst keine Kraft ausüben? Es ist für mich eine Qual, Auto zu fahren, muss ich sagen. Und was überhaupt nicht sein darf, ein Staub. So, jetzt kann ich mir schon mal vorstellen, dass du auf jeden Fall eine Automatik brauchst. Definitiv. Und wäre nett, wenn ich halt bequem gut hoch sitzen könnte. Was Frauke nicht weiß, ihr Sohn gibt sein Erspartes dazu, dass er als angehender Polizist eigentlich in seine Sicherheit investieren wollte. Ich habe noch ein bisschen Geld gespart. Von daher würde ich dir einfach mal 1.000 Euro geben und hoffe, dass das dann vielleicht ein bisschen Hilfe sein könnte. 1.000 Euro, hast du für was Bestimmtes gespart? Ja, ich würde gerne, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, bei der Polizei mir eine eigene Schutzweste kaufen. Weil ich sehr gerne privat eine höhere Schutzklasse hätte. Obwohl die halt ausreichend ist, die wir kriegen. Aber ich hätte einfach gern mehr Schutz. Zum anderen würde ich mir den Maß schneiden lassen, dass sie mir genau passt, die nicht bauchfrei ist, die auch genau für mich passend ist. Also ich meine, das ist ja schon ein wichtiges Thema. Ja, denke ich auch. Also gibt es mir jetzt das Geld, was du gespart hast, für deine Sicherheit? Mhm. Das gab's noch nie. Sydney bekommt Erspartes, das er eigentlich nicht annehmen kann. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Fraukes Auto hoch. Der Honda muss weg und zwar schnell. Aber wer kauft so eine Möhre? Noch dazu mit Motorschaden? Der fährt mindestens so wie er aussieht. Scheiße. Servus. Servus. Hallo. Haben wir telefoniert? Wir hatten telefoniert. Ey, was ist denn hier los? Sydney. Hier sind ja ungefähr gefühlte 100.000 Quadratmeter und du sagst geradeaus durch, da bist du. Ich hab dir gesagt, anrufen, ja? Hätte ich sie draußen abgeholt. Aber gut, jetzt sind sie hier, haben sie es geschafft. Also wie war noch bei deinem Namen? Heider. 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 Der Nachname ist der. Ja, Sydney. Kannst mich auch Ali nennen. Sydney. Alles gut. Schicken Bad hast du. Ja, danke. Du auch. Dann musst du jetzt sagen. Also ich hab ja gesagt, ich hab hier ein schickes Auto. Ja, schick sehe ich, ganz schick. Machst du viel Export? Ja, auf jeden Fall für den Export. Was soll ich hier damit noch anfangen? Also Export könntest du vielleicht noch Geld verdienen? Meinst du? Hast du Erfahrung damit? Ja, ein bisschen. Ich will fair bleiben. Sagt ihm mal einen Preis, wo ihr denkt, gut, damit gehen wir uns zufrieden. Das brauchen wir doch für die Kasse. 250 kriegen wir hin? 250? 250. 200 kriegst du. Mit Radio? Kannst du Radio ausbauen, mitnehmen. Anarbeit dich verkaufen, hast du 20 Euro mehr in die Tasche. Ja? Super. Servus. Alles gut? Ja, bei dir? Alles gut, alles gut. Ah, was heißt alles gut? Wir haben so ein kleines Problem. Okay. Ich bin immer noch bei Status Quo. Mhm. Also sprich bei 1200 Euro. Okay. Hm. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Es wird uns jetzt eine Aktion retten. Folieren sehe ich da. Das klingt ja schon mal ganz gut. Du müsstest noch eins machen. Okay. So ein bisschen die Werbetrommel rühren. So ein bisschen die Leute drauf aufmerksam machen. Also die Idee, die fällt und steht mit der Werbung halt. Weil es müssen halt die Leute wissen, dass wir im Ort sind und eine Folierung anbieten. Dennis nimmt die Aufgabe sehr ernst und macht sich gleich an die Flyer. Über 200 Ausdrucke verteilt er in Berlin. Der Gebrauchtwagen-Experte kann sich nicht allein auf diese Aktion verlassen. Er muss einen Zwischenhandel machen. Also ein Auto günstig einkaufen und teurer weiterverkaufen. Hi. Micha. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat so spontan. Ja. Erzähl mal mehr von dem Auto. Ja, okay. Also, Motorkabel-Baum ist ja immer ein Thema bei den Fahrzeugen. Da... Schon revidiert. ...müsste nochmal was gemacht werden. Ach, noch nicht? Ja. Und Bremsen vorne, hinten sind auch dran. Stoßdämpfer müsste man sich auch noch... Also er hat noch TÜV, aber manchmal ruppelt es schon so ein bisschen. Ja, das ist die Frage, ne, ob es jetzt da... Also er schlägt noch nicht durch, oder? Nee, nee. Wie sieht die alte E-Klasse unter der Haube aus? Sidney prüft, ob der Motor Öl verliert. Sieht gut aus. Jetzt muss ich das Ding mal fahren. Mach mal. Jetzt muss der W124 nur noch die Fahrprüfung bestehen. So eine alte E-Klasse, ne, die hat ja Charme, die hat Charisma. Ja, 124er T-Modell. Und in so einem Zustand, ich meine, der Zustand ist ehrlich. Der ist jetzt nicht 1A oder 2 oder vielleicht sogar 2-. Er ist eher eine 3. 3-. Aber das ist egal, weil, wie gesagt, das ist ein ehrliches Auto. Sidney hat nichts zu beanstanden. Doch mit 2200 Euro ist der Mercedes exakt 1000 Euro zu teuer. Ja, damals war das, glaube ich, echt state of the art, ne? Hat Spaß gemacht. Du hast doch was von 126er erzählt, ne? Was war mit 126er? Den restaurierst du gerade? Ja, also ich möchte ihn wieder aufbauen und ich kann ja nicht beide Autos fahren. Und deshalb habe ich einfach den Versuchsballon mal gestartet und das Ding inseriert. Ja. Und jetzt hast du ihn gefahren und dann... Also, Micha, pass auf. Mein Angebot. Ob es jetzt fair ist oder nicht. Ja, hau raus. Also... Nicht schlagen. Tausi. Boah, das ist aber schon tausi. 1200 Euro habe ich Cash auf der Tesch. Sofort. Heißt, du kannst sofort losgehen ins Internet und Teile für den 126er bestellen. Ja, 1200 und das geht schnell, ja. Sofort. Also sofort. Schneller geht's nicht. Machen wir? Machen wir. Wunderbar. Wir lernen, dem schnellen Geld in bar können nur wenige widerstehen. Micha, machen wir ein Fest. Also... Servus. Hallo. Guten Tag. Peter, hallo. Hallo Peter. Wir hatten telefoniert, ne? Richtig. Ich hatte angerufen für diesen netten Peugeot. Und das ist die Mauerblume. Ein Peugeot 1007. Baujahr 2006 und mit 98.000 Kilometern auf dem Tacho. Ja, zwei schöne Schiebetüren. Die manchmal ja Probleme machen. Also wir haben alles überprüfen lassen bei Peugeot. Ist alles in Ordnung, ist geschmiert worden. Läuft, ne? Okay. Ich meine, der hat ja eine schicke Ausstattung, ne? Ja. Vollausstattung, würde ich sagen, ne? Guck mal hier. Ist gut. Peter. Ja, bitte? Schick durchrepariert. Ja. Auspuffmäßig. Darf ich mal kurz runterschauen? Der ist noch dran. Sieht auch noch gut aus. Okay. Der ist nicht am lecken, gar nichts. Peter, sieht gut aus. Darf ich ja eigentlich gar nicht sagen. Weil eigentlich muss ich ja sagen, ach Peter, runterhandeln genau. Setzt sich der gute Eindruck auf der Straße fort? Er fährt gut, man steigt hoch ein, man hat eine Halbautomatik. Also es ist ein Traumkandidat für Frauke. Jetzt muss nur Peter auf mein Deal einsteigen. Den 124er in Zahlung nehmen und zwar nicht für günstig, sondern für viel. Warum sollte Händler Peter an einem Auto mit 300.000 Kilometern von 1995 interessiert sein? Er findet ja schon zehn Jahre alte Autos alt. Da bist du ja. Profahrt überlebt. Jawohl. Cooles Ein- und Aussteigen, ne? Ja. Das ist wie so majestätisch. Kannst du mir mal probieren? Ja, gerne mal. Und? Wenn du dich jetzt so raus... Oh, super. Gut, ne? Also, Profahrt war gut? Das ist schön. Was möchtest du denn für dieses Kfz haben? Naja, ähm... Du musst das beistellen. Hast du das nicht gesehen? Das hab ich entsorgt. Ja, typisch. Also, sag mal. Weißt du, was die kosten? Acht Euro kostet die Hulde. Ja, hab ich halt nur beiseitegepackt. So. Hier steht alles drauf. Dreieinhalb. Genau. Fand ich auch im Internet ganz sympathisch. Deswegen bin ich ja hier. Finde ich sympathisch. Ja. Aber kann man ja vielleicht was dran machen. In dieser Preisklasse reden wir nicht drüber. Ab 20.000 Euro können wir verhandeln. Wenn Händler Peter Naumenko jetzt nicht auf den Deal eingeht, dann war alles umsonst. Und das Geld für Dennis' Schutzweste ist auch weg. Und Sid bleibt auf der alten E-Klasse sitzen. Na gut, also du möchtest also nur 3.000 für den Wagen geben. Ja, genau. Und jetzt pass auf, jetzt hab ich den Deal deines Lebens. Na, den zeig mir mal. Du wirst es auch schätzen können, weil du warst in der Zeit, wo das Auto populär war und auch wirklich gut dabei war, da warst du voll im Saft. In den 80er Jahren. Ja, 80er, 90er Jahre. Gut. Ein 95er T-Modell. Die Krücke hier? Moment, Moment, Moment. Leder. Volle Hütte. Ehemals Schweizer Auto. Aha. Schweizer gehen immer sehr gut mit ihren Autos. Genau. Das weiß ja. Garagenwagen. Ähm, 300 gelaufen. Jetzt pass auf, wir machen das so. Du gibst mir das Auto mit, ich lass dir den hier stehen und ich geb dir noch 800 Euro. Da muss ich bei Mercedes anrufen, im Museum, ob die Interesse haben für den, ne? Nein, das ist ein elegantes Auto. Überleg mal, wenn du hier mit Berlin, äh, durch Berlin damit fährst. Ach, ich fahr doch nicht mit so einem alten Auto, Mensch. Das gibt Charisma. Peter. Der Händler droht abzusprengen. Kann Sidney Hoffmann das Ruder noch rumreißen? Aber Peter Naumenko hat nicht mit der Geheimwaffe aus Dortmund gerechnet. Einfach alles kurz und klein reden. Aber das Ganze kriegst du wirklich, also auf schnell kannst du drei damit machen, dreieinhalb ist auch drin. Ja, ich muss irgendeinen Sammler, äh, äh, suchen, weil ich will so ein Auto hier nicht hinstellen, der muss schnell weggehen, ne? Ja, ich würd sagen, äh, ich nehm das Auto und du gibst noch 800 Euro zu und dann... Ja? Ja? Sie kommen ja klar. Peter, ich danke dir. Die 800 Euro muss Sid allerdings bis morgen auftreiben. Der Tag der Entscheidung. Denn heute startet die Folier-Aktion. Sidney will Autos stylisch bekleben und dafür abkassieren. Ich hab ne Menge Flyer ausgedruckt, hab die an Tankstellen, Fahrzeugen rangepinnt, hab die an Personen ausgeteilt und ich hoffe einfach, dass es gereicht hat. Niki, dat ist Dennis. Für Dennis Ruder machen wir dat. Hallo Dennis. Alles gut? Alles klar. Also, Dennis hat nämlich jetzt paar Leute organisiert. Richtig. So, und dann können wir quasi starten. So, da wollen wir mal. Erster Kunde wartet schon. Sidney muss heute mindestens 800 Euro verdienen. Besser noch, 1800, wenn der Auftraggeber Dennis seine Ersparnisse für die Schutzweste zurückgeben will. So, was sagste? War ne sehr gute Idee auf jeden Fall. Passt. Warum sie sowas nicht schon vom Berg aus machen. Finde ich gut, weil so könnten wir nichts mehr machen. Verlierer Niki hat einen Seat von einem benachbarten Autohaus geholt. Die Inhaber wollen ihr neues Logo auf den Wagen haben. Wer gibt denn jetzt hier die Flocken für Berolina? Die hat mir die Kohle direkt in die Hand gedrückt. Wunderbar. 300 Cash. Ich komm mir mal vor wie so ein Geldeintreiber, ne? Schafft es Sidney, das Geld für den Traumwagen für die MS-kranke Frauke zusammenzubekommen? Und schafft er es außerdem dem angehenden Polizisten Dennis seine 1000 Euro für die Schutzweste zurückzugeben? Das könnte eine ganz knappe Kiste werden. Drei. Dankeschön. Und vier. Der Roll. Okay. Besten Dank. Sid macht Kassensturz und ist erleichtert. Nach der Investition in den Mercedes hatte er keinen Cent mehr. Doch die Aktion hat immerhin 1300 Euro gebracht. Das reicht, um den Peugeot 1007 bei Händler Peter abholen zu können. Die, die da waren, waren spendabel. Und somit hab ich sogar für Dennis noch ein bisschen was über. Also Peugeot ist drin und Dennis kriegt ein bisschen von seinen 1000 Euro wieder. Ein gutes Startkapital. Das war die Ausgangsbasis. Ein zerdelter Honda mit Motorschaden. Und das ist die Zukunft von Frauke und Dennis. Sidney hat es geschafft. Auf allerletzter Rille. Und jetzt lacht die Sonne. Frauke und Dennis hoffentlich auch. Was du meinst haben, was es ist? Ich glaube, das ist der Agiler. Ein Agiler? So hoch würde ich gar nicht pokern. Nee? Nee. Dennis, jetzt nicht schreien oder sonstiges. Ich weiß ja nicht, ob du so eine ... Nee? Ah! Also. Frauke, alles gut? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Okay, wir warten noch. Oh nein! Nein! Okay. Warte, warte, warte. Tada! Wow! Also pass auf, jetzt kommt der Knaller. Warte. Erst mal hier. Oh! Ey, ist ja der Burner. Ich will auch ... Hoch. Ja? Hoch einsteigen und eine Halbautomatik. Du brauchst nicht mehr kuppeln. Ist ja schön. Schön, ne? Oh! Das ist ja geil. Ey! Oh! Oh! Oh, ist ja schön! Ist ja schön! Ist ja schön! Das freut mich! Oh, ist ja schön! Oh, ist ja schön! Also ohne Dennis wäre das ja nicht gegangen. Du hast ja schon so eine Vermutung gehabt, ne? Ja. Dass Dennis uns da schon unterstützt hat. Mit erspartem Geld. Und du weißt auch wofür das ersparte Geld war. Und das konnte ich auch nicht auf mich sitzen lassen. Okay. Und deswegen haben wir auch noch für Dennis ... Echt? Bisschen Geld. Nicht ganz, aber ne? Bisschen Geld zurück. So, wie habt ihr denn das hier vor? Ja, das fragen mich auch. Danke sagen. Jawohl, sehr gerne. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Ey, keine Mutter auf der Welt kann die Schutzwestes Geld für die Schutzwestes ihres Kindes in ein Auto investieren. Also ich habe wirklich im Gedanken schon gesagt, weiß ich nicht, Bank, Opa, keine Ahnung, kriegt er wieder sofort. Also ich hätte mich dann, glaube ich, nur noch die Hälfte für das Auto gefreut. Weil nicht so. Dann lauf ich. Der ist so wunderschön. Er macht mich so, 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 so glücklich. Kann dir noch auf den Weg geben. Lass Dennis nicht fahren. Weil sonst hat er wieder überall ne Macke. Er trottet noch an meinen Sohn. Auch danke. Ja. Ihr hattet ja alles angeleiert. Das hat er. War ja auch dringend notwendig. Pass auf deine Mama auf. Mach ich. Versprochen. Tschüss. 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 Tschüss.